männlich weiblich divers in stellenausschreibung ist diese anmerkung schon gang und gäbe ich beobachte auch immer wieder orte wie am wochenende im club wo es nicht mehr die klassischen herren und damen toiletten gibt seit dem ersten november ist es per gesetz möglich den eigenen namen und das geschlecht zu ändern vivien born aus kiel hat das gemacht sie hat uns verraten wie sich das angefühlt hat einen wunderschönen guten morgen und ein herzliches alav an diesem montag den 11 november ich bin timan wrede und ich habe euch diese themen mitgebracht drehscheibe hamburger hafen so kommt das kokain in den norden aminata touré erwartet ihr erstes kind und robert habeck will bundeskanzler werden aber jetzt schauen wir erst mal auf unseren schwerpunkt heute im fokus am ersten november ist das neue selbstbestimmungsgesetz in kraft getreten damit wird es für betroffene einfacher ihren geschlechts und namenseintrag zu ändern bisher mussten betroffene einen gerichtsbeschluss sowie zwei sachverständigen gutachten vorlegen das entfällt nun meine kollegin inga gerke hat sich damit näher beschäftigt inga wie läuft es denn bisher ja allein in flensburg lübeck und kiel gingen in den letzten drei monaten schon 260 solcher anträge ein und nur mal so zum vergleich 2020 waren es in ganz schleswig-holstein nur 35 also ich würde sagen es läuft aber es scheint auch probleme zu geben denn dieses neue selbstbestimmungsgesetz ist bei der namenswahl nicht ganz so klar gefasst also wenn menschen zum beispiel ihr geschlecht zu divers ändern also weder männlich noch weiblich oder den geschlechtseintrag offen lassen möchten stellt sich halt immer die frage okay welcher name ist denn jetzt in ordnung und wie neutral kann ein name sein und das entscheiden gerade noch viele standesbeamte wie sie meinen und was heißt das nun für die zahlen naja was das jetzt für die zahlen bedeutet das kann irgendwie keiner so richtig sagen aber die menschen mit denen ich gesprochen habe für meinen artikel die gehen davon aus dass wenn diese unklarheiten geregelt sind dass dann noch mal menschen kommen und sich und ihr geschlecht umtragen lassen aber bis das halt irgendwie alles noch so ein wischi waschi ist warten wohl viele noch ab hast du auch mit jemandem gesprochen der oder die sich das geschlecht hat ändern lassen ja für meinen artikel habe ich unter anderem mit vivien born aus kiel gesprochen und sie hat mir auch erzählt wie sich das für sie anfühlt dass sie ihren geschlechtseintrag jetzt hat offiziell ändern lassen können zu weiblich es ist super befreiend die ersten tage ich war direkt am 1. november hier in kiel beim standesamt war noch super viel stress vorrangig und genau die freude war da aber sie wurden etwas überschattet weil ich natürlich sehr nervös war was diese ganze prozedere angeht und jetzt über die letzten tage hat es langsam platz gemacht der freude es geschafft zu haben und dieses gefühl bei mir selber anzukommen eine befreundete person von mir als toll in worte gefasst auch finde ich erst recht in dem moment passend weil es ja auch natürlich mit standesamt zu haben und zwar es ist ein gefühl sich selbst zu heiraten und das konnte ich sehr stark genauso fühlen als ich am 1. november aus dem standesamt raus kam weil ich hatte sozusagen eine kopie der erklärung für mich selber dabei dann bekommen und ja es war so schön vor dem gesetz dieses recht auf selbstbestimmungen in anspruch nehmen zu können das waren inga gerke und vivian born weitere news aus schleswig-holstein europa hat die usa als größten kokainmarkt der welt abgelöst und der hamburger hafen spielt beim drogenschmuggel eine zentrale rolle kokain stammt vom kokastrauch der vor allem in den südamerikanischen anden wächst hauptanbauländer sind kolumbien peru und bolivien das kokain wird zunächst in süd- und mittelamerikanische häfen transportiert in den häfen wird das kokain meistens in kammern in der wand oder dem dach von containern mit legaler fracht versteckt wie bananen kaffee oder holz es wurden aber auch schon drogen zwischen autos in ausgehöltem druckerpapier in kuscheltieren schrauben cremedosen oder kürbissen gefunden mitunter wird das kokain auch direkt auf plantagen in obstkisten verpackt ein anderer weg ist es die drogen als zuladung etwa in sporttaschen in die container zu werfen manchmal hat das schiff dann schon den hafen verlassen und wird von schmugglern in kleinen boten angefahren gern nutzen die kartelle lieferungen mit verderblicher ware weil diese schneller durch den zoll kommen das kokain wird dann meistens direkt nach europa verschifft ein ziel ist hamburg als drittgrößter hafen europas dort wird es auf verschiedene arten aus den containern geholt bei einer drop off methode wird das wasserdicht verpackte kokain von eingeweihten besatzungsmitgliedern in küstennähe über bord geworfen wo es von schmugglern in kleinen boten herausgefischt wird beim rip off liegt das kokain in taschen im container bei der dritten methode ist das kokain der ladung beigemischt im entladehafen werden die drogen entweder von einem sogenannten innentäter der am hafen beschäftigt ist herausgeholt oder jemand verschafft sich heimlich zutritt zum gelände schleswig holsteins sozialministerin aminata touré erwartet ihr erstes kind das hat sie auf instagram bekannt gegeben das kind soll im mai zur welt kommen bis dahin plane die ministerin unter beachtung des mutterschutzes ganz normal ihren amtsgeschäften nachzugehen in der regel beginnt der mutterschutz sechs wochen vor dem errechneten geburtstermin und endet acht wochen nach der geburt eine elternzeit sei zitat nach derzeitigem stand nicht geplant robert habeck will bundeskanzler werden er hat am wochenende offiziell verkündet dass er als kanzlerkandidat der grünen bei der nächsten bundestagswahl antreten wird doch der flensburger ist nicht der einzige politiker aus schleswig holstein der für einen posten in einem neuen kabinett in frage kommt wer welche chancen haben könnte lest ihr auf srz.de das war's für heute die nächste folge hört ihr am dienstag den 12 november ab 5 uhr 30 alle themen wie immer auf srz.de zum nachlesen und kosmos anhören habt einen guten start in den tag und einen guten start in die woche